hey leute hier sind wir wieder im skype und zwar mit hinten und mit wel ich bin zurück und ich hab den schlüssel das ist immer das gleiche das was den menschen am glücklichsten macht ist anderen menschen hey leute ich muss mich vor allem bei mario entschuldigen ich mag es auch mal alleine mit meinem account muss ich nicht mal man kann einfach auch mal einfach hier aufnehmen blöde ausrede blöde ausrede das witzige ist ihr seht ja gerade in arena im enter ich weiß nicht mal mehr ich glaube ich hab ihn verpasst oh es ist vier uhr wir müssen warten ok jetzt kommt das dieser quatsch naja bin ich ja gezwungen mit euch zu reden ach ehrlich es ist echt wirklich kurios dass ich wieder so halbe gaming welt weil so richtig gaming ist ja schlecht und bitte nicht außer ihr braucht die enter taste sehr häufig dann könnte man drüber reden dass es auch das ist überhaupt gut zu verstehen jetzt wird spannend was habe ich euch denn zu erzählen also keine angst ich höre nicht auf jetzt sind wir hier bei manchmal ist ja die neue welt schneller wieder erreichbar er tut nur so als ob er schon da wäre alter es gibt viele möglichkeiten wie wir das hier umbringen sollen also so viele dinge wie man bedenken muss also auch also ich hab gedacht ich mache mal ein paar lustige youtube videos ja einfach mal bin ich twitch live bots 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 ja und ist auch wirklich witzig mit meinen jungs muss man wirklich sagen ja also Mario und Marx man unfassbar ja unfassbar unfassbar aber und wer ist über euch dann aber so richtig weiß ich noch nicht wo der weg lang geht also es macht schon macht schon spaß irgendwie äh das spiel zu spielen also ich häng mich da auch momentan richtig rein ja so ich bin wirklich fast um die rund um die uhr da äh speicher mir nachts also ich habe ja nur 21 soldaten speicher mir nachts hier äh die äh die kämpfe weg also wer sagt für nachts weil da ja mein festungspartner nicht da ist geht's jetzt wieder jetzt geht's ja jetzt pass mal auf jetzt habe ich einfach zeig's euch mal so erstmal ja gut ich zeig's euch gleich im Waffenladen jetzt habe ich die Waffe gefunden ja abgesehen davon gibt es also jetzt ist mir auch schon wurscht ich hab so viel geblättert so viel geblättert 16% guck mal ja und ich habe mich mit 14% begnügt ich hatte eine 13% Epic Waffe ja und ich brauchte halt eine Stärke Waffe und die ist ganz gut mit 618 also na gut dann müsste ich wieder hier äh das Zeug da hoch ballern ja das ist egal auf jeden Fall abgesehen 16% wird es schon geben also 2% Schaden mehr ist echt viel das ist richtig viel das ist richtig viel und das hat echt lang gedauert bis ich das Ding gefunden habe und was leider dann nicht lang gedauert hat zeig ich euch mal das hier er ist weg er ist weg und ich hab's nicht live mit euch feiern konnte na gut ähm schauen wir uns hier mal an da guckt man uns mal an ich hab ihn selbst noch nicht gesehen ich war jetzt so geschockt weil ich wollte echt noch ein paar Versuche machen und dann war er weg was war das für ein Versuch? oh mein Gott oh mein Gott jetzt müssen wir nochmal anschauen Alter das war ja grad und pass auf jetzt kommt der hier das ist der Wirbel das ist der Wirbelstrom der ist auch total also ein super starker Stärke Gegner oh keine Ahnung wie man den schlägt einfach oh der war praktisch heilige aber habt ihr das gesehen? also das war ja krass ja ich weiß auch gar nicht in welcher Reihenfolge ich jetzt hier was machen soll aber den hab ich gesagt den mach ich jetzt noch schnell weil das einfach ein 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 der ist das ist auch ein Stärke Gegner das ist ja auch ein Stärke Gegner das ist ja auch ein Stärke Gegner das ist ja auch ein Stärke Gegner okay dann geht der auch nicht so schnell der andere war nämlich relativ zickig auch der war schwieriger als der ja habe ich einfach weiter gemacht da und dann habe ich mir gedacht ich muss ja jetzt auf die frage ob das überhaupt geht jetzt hier es geht nicht immer alles in den videos aber habt ihr den versuch bei jagen gesehen wenn man so einen raushaut als berserker dann gewinnt man einfach alles also vor allem gegen diese stärke geht man unfassbar der berserker ist schon krass man braucht halt aber auch viele versuche ich bin noch nicht ganz sicher ob ich das mit linker rechter maustaste oder mit allen machen soll da wackelt das mikro ach das ist anstrengend das ist anstrengend aber hätte ich nicht gedacht muss ich mich echt beim Mario entschuldigen weil er gesagt hat er will unbedingt dabei sein und ich wollte doch nur mal kurz gucken es waren wirklich ganz wenige versuche und jetzt kommt jetzt mal bitte was ja schön und was kommt jetzt wieder ein stärkegegner ich flippe aufs ich will nicht ständig stärkegegner schlagen müssen das ist ja doof also eigentlich müsste dann der dran kommen das problem ist nur ich glaube meine begleiter sind nicht gut ich kann doch nicht mal hochleveln das habe ich schon gemacht praktisch der würde jetzt kommen ja die schicke die sind nicht übel die schickegner ohoh man, ich sag´s euch die zicken aber auch rum Also Geschickgegner sind so ein bisschen zu bremsen. Beim Spaßbremsen sind sie. Und rein theoretisch hätte der eigentlich schon vor dem Jahr liegen müssen, normalerweise. Schwierig. Jetzt fängt mir wirklich an, ich bin einfach jetzt auch langsam müde. Also meine rechte Hand mag ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe heute zu viel geklickt. Aber nicht jetzt gar nicht Dungeon Versuche, das war jetzt gar nicht. Wie gesagt, das waren nicht viele. Jetzt wird es langsam viel, aber ich merke einfach, dass ich müde bin. Ich wollte halt noch so ein Video aufnehmen, ja. Meine Güte, jetzt wird es so ein Video. Jetzt wird es so ein Video. Da ist er, da ist er endlich, habe ich ihn geschafft. Pass mal auf, jetzt gehen wir wieder hier hin. Machen wir Bump, Plumpfdi, 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 Plumpf. Genau. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. noch mal geschickt warum denn noch mal geschickt aber was auch noch mal geschickt schauen wir uns das schauen sie so waren speichern alles ab das ist richtig schöne kämpfe das ist echt geil dass man sich das anschauen kann also rufus habe ich würde ich schon so eine krasse was wie habe ich den d noch besiegt der berserker ist doch dabei hat er aber viel geblockt das war ein witziger kampf immer so einer geschickt also geschickt ist eher einfacher als berserker es gibt halt nicht viel xp nicht echt ein bisschen schade ehrlich schauen wir uns mal an wie schlimm das hier ist das war nicht schlecht vom marki boy jetzt hier ist ausgewichen weicht wenigstens ab und zu aus ok da bin ich aber ganz zufrieden ehrlich gesagt werden die mir noch die hälfte überlassen jetzt muss er irgendwann erst eskalieren ich habe was schönes bekommen menschenfresser doch hier das ist auch geschickt rein theoretisch wenn der so richtig krass der magier gar nicht so schlecht macht sie okay gar nicht so viel weiter irgendwann muss er eskalieren ansonsten okay dann habe ich ja bin ich ja praktisch hier voll rüstung alle arte gute benötigt klasse kampf oder badia das ist der hier praktisch aber der hat da schon lebensenergie der widerstand gegen alles na gut dann machen wir einfach gegenstand zerlegen pop und hier widerstand gegen alles und intelligenz ja gut das ist aber gar nicht schlecht dann nehmen wir hier die steingewinnung oh was ist das denn was hat der denn da drin ich weiß hier gibt es gab es leider einen unfall na ja genau ich habe tatsächlich auszusehen und das dann vielleicht habt ihr das andere video schon gesehen mit acclimator er hat gesagt er rüstet nur hier um weil hier kann man nichts verkaufen das praktisch schlau ja gucken wir mal kurz was hier rauskommt 380 da will ich auch besser ist aber nicht schlecht dass mal was für mich rauskommt hier mal Edelstein suchen das können wir jetzt noch 2-3 mal machen und dann liegt da wieder den Geschickstein besser als nix mal kurz ob die tante das bauen kann 173 ja schon mal den brauch ich für die nächste waffe schon mal klar ja schon mal klar ja dann nochmal da haben wir auch schöne sachen rauskommt hier so ok den kann ich mir übergeben oder besser als nix soll sich nicht beschweren der kerl genau oh wie das ein schöner stein ne oh der ist aber richtig schön schauen wir mal kurz was jetzt hier passiert was haben wir hier in die kk selbst im turm ist schon fies der ind gegner 375 aber richtig schlechter rüstwert irgendwann rutscht er nach unten immer noch nicht das hat lebensenergie das teil und das hat auch lebensenergie das teil ok beide schaut schön aus dem frack ich wusste wer das richtig gekloppt aber egal äh dann nehm ich den mal machen wir den hier wieder rein oh dann können wir die mal schon mal wieder leveln die jungs hopp und dann sind wir schon äh hier äh gucken wir mal wie es hier weiter geht und zwar auch wieder so ne stärke ding so ne stärke kerl obwohl eigentlich ging glaube ich die stärke jungs sogar da braucht man halt einfach einen guten warum wollte ich gerade hermine sagen nein hermine wollte ich nicht sagen eigentlich braucht man einfach nur einen guten äh versuch von der lieben kunigunde das schaut aber komisch aus brauche ich schon wieder eine neue waffe ich habe angst ich habe angst dass ich eine neue waffe brauche ich lass die skalier mal so mario mäßig dann machen wir es wieder so ein bisschen dreamscape mäßig kleine kurze bewegungen die nicht laut sind nix passiert mal kurz hier und das ist der bergekerl wir brauchen einfach wieder so einen magischen versuch wie gegen den den kerl vorhin das war ja krass mich was ging jetzt geschickt was kommt jetzt wieder stärke ich mag keine stärke gegner das ist einfach die erfunden genau geschafft haben wir den ein jetzt schon mal jetzt käme halt der quatsch da wieder stärke also da sind eigentlich die kundschaft da sind blöder wir brauchen halt einen magischen moment von der kunigunde einen magischen moment von der kunigunde da war er der magische moment pass auf da haben wir ja richtig viel anzugucken das ist ja krass ja pass auf habe ich trage oder sümpfe schon genau trage oder sümpfe müsste ich sogar in der hand ok 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 dir war ja leicht dann hier nur hausend alles schaut ja ihr wisst ja bescheid wer das sein soll auch die blöchel das ist so ein richtiger krasser oh ok war nicht keine ganz überzeugende leistung aber trotzdem geklappt kommt hier ein geschick der war eher easy alien des zwielichts doch geschickt da geht was der muss einfach nur nicht aus ausweichen dann ist das schon ziemlich krass und jetzt hier schwarzschädelkrieger das sind praktisch jetzt die wichtigen da müsste doch eigentlich ok dann schauen wir uns den an und was haben wir da gekriegt alle attribute 308 irgendwie so Widerstand gegen Blitz das ist halt sinnlos das Ding dann verlegen schade 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 was kommt denn jetzt hier das ist ja Widerstärke nein geschick das ist geschick aber geschick ist nicht gut geschick ist praktisch so ein bisschen die Bremse halt warte mal hab ich gelevelt ich glaube nicht oh doch gelevelt jetzt kann ich die auch leveln wird aber langsam ein bisschen teuer ja seh ich schon komm dass das jetzt also ich könnte mir jetzt glaube ich keine gute Waffe leisten ja feierlich gucken wir mal guck mal was geht ich hab einfach zu wenig Gold jetzt das ist lustig pass mal auf weil der war an mich echt nicht leicht der war wirklich nicht leicht Drache der Finsternis Kampfzeit Zeit 4.23 Uhr wer hätte das gedacht aber dann habe ich das Video für morgen gleich würde ich sagen oder? besser geht es eigentlich gar nicht außer das hätte halt live sein können mit euch ja das tut mir leid sozusagen ja das hat nicht geklappt das hat wohl nichts mehr sein sollen ähm vielleicht kann ich live im Video auf 300 spielen das ist möglich was ist hier? was ist hier? was ist hier? ok ok was kriege ich jetzt hier? ein Magier den dann den ins Kirchen aber das Problem ist ok der ist sogar noch schlechter vom Rüstwert noch schlechter der stand gegen Eis oh Lebensenergie das ist gut dann holen wir den mal raus hier und packen den mal rein hinkeli hinkeli komm äh was käme denn jetzt hier? nochmal ein Stärke Gegner und wieder der Anfang sah wieder gut aus ich mag die Turmstärke Gegner genauso wenig äh wie in den einzelnen Dungeons ich will nur noch Magier sehen dass ich das mal sagen konnte ich hab oh ich hab früher viel Kunde gespielt also von daher fahren durch ich glaub jetzt muss ich echt in die Mini gehen oder? ich hab äh was wichtiges gefunden gut das ist sogar Stärke damit muss ich nochmal Sachen suchen gehen ok dann würde ich das faktisch in den Kessel werfen hier den Gürtel sind heute für den Kessel der der bringt wenigstens Gold pass auf mach ich jetzt wirklich wenn ich Platz hab ich brauch nämlich ein bisschen Platz ähm was mach ich denn mit dem Ding hier Quantität oh das hätte ich behalten können ok weil da hab ich ja schon so eins jetzt kann ich das Ding wegwerfen und überlegen was ich mit dem mach also ich werf's natürlich nicht weg sondern ich mach einfach folgendes Gegenstand zu legen oh also was hab ich ja jetzt ah genau aber gut bei dem anderen hab ich wenigstens Gold verdient ähm weil das ist natürlich nicht schlechtes Ding ja aber ähm durch diese äh werte da ich da drauf gepackt hab bin ich ja schon bei 378 was käme denn jetzt überhaupt achso ne genau wir haben ja gesagt äh uuuuuhh hier sind wir jetzt gelandet was kommt hier jetzt schau mal schau mal ob das jetzt einfach ist oder nicht stärke warum immer stärke bin ich jetzt eigentlich alleine ne wenig nicht da sind meine Leute sind dabei gut gut natürlich hat er nicht viel stärke er hat aber viel Ausdauer ja da haben sie mit viel Rüstung programmiert irgendwie ja das praktisch ein Geheimnis was die mit ihm gemacht haben was die mit ihm gemacht haben was die mit ihm gemacht haben ich hab da motorische Aussetzer und das wäre sozusagen dann der nächste halt mal schnell schauen ob ich wieder hier uh ich muss die schon wieder leveln schon wieder vergessen ich hab mal hin wie viel Gold da verloren geht jetzt wirds langsam knapp mit unterlevelten Begleitern und es ist einfach schwierig hier die Zirkuseintrittskarte war das praktisch schon heieieieiei oh der ist irgendwie anstrengend haben wir hier noch zum oh das ist ja auch ein Stärkegegner Juhu was kommt jetzt? kann jetzt mal was leichteres kommen? nein schon wieder Stärke Juhu was kommt jetzt? fischig komm den nehmen wir gleich noch hin Juhu und jetzt? wieder Stärke ganz kapier ich ja nicht warum man die überhaupt schlagen kann also bei den Werten verstehe ich nicht genau leveln kann man die jetzt nicht ich befürchte einfach dass es hier weiter geht das praktisch die die Dungeons sind da muss man auch ein bisschen Glück bekommen haben was man da was da kommen könnte ja das ist ja schwierig kann ich euch nur sagen sehr schwierig Ist das ein ekliger Gehmer? Oh, das ist ja echt eklig. Aber das war es, glaube ich, hier. Weil, ähm, das ist, äh, gut, Wirbelsturm gibt's noch. Quatsch. Oh, sowieso Quatsch. Äh, hier los. Ich glaube, die bringen auch keine richtigen, kann man überhaupt hier, Geschick. Oh, der hat halt einfach wahnsinnig viel Leben. Insane viel Leben hat der Kerl. Oh, da kam auch was Schönes raus, pass mal auf. Äh, nicht wirklich. Aber, äh, man kriegt Gold dafür. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal. Was ist hier passiert? Na gut, aber nur. Ach, das ist das Ding. Das. Einfach auch. Ja, Gold halt gar. Aha. Da haben wir wieder ein bisschen Platz, ja. 93 immer noch. Also, die bringen, die bringen ja nicht viel da oben. Ich schau mal, was da jetzt kommt. Alles. Okay. Wind, das ist sehr einfach. Wind, was haben wir dann hier? Oh, schau mal hin. Lebensenergie. Das wäre sogar noch für mich, oder? Nicht. Lebensenergie. Hab ich eigentlich schon genug. Das heißt, äh, den packen wir in den Kessel. Da kriegen wir einfach richtig viel Gold dafür. Also, die bringen, praktisch, außer Spaß, bringen die gar nichts. Die Dinger. Ja. Ist schick. Geschick ist ein bisschen nerviger als Int. Int ist im Prinzip Freifahrtschein für den Berserker. Äh, gefühlt zuerst. Und bei Geschick... So lala. Jetzt warten wir mal auf. Jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir mal anders, was anderes an. Oder, ähm, mach mal. Also, die bringen ja nichts, nicht viel, haben wir gesagt. Die wären's, der wär's halt, ja. Der, der Kerl, ja. Wahrscheinlich bräuchte ich da schon wieder eine neue Waffe. Befürchte ich. Ich bin ja schon wieder fünf Level gestiegen hier. Oder, ich krieg halt so ein insane Versuch. Von all meinen Begleitern und von mir. zu sehen. War zumindest ein ordentlicher Besuch. Ansonsten finde ich den eher ein bisschen, es schaut ja ein bisschen komisch aus. Pass mal auf, dann gucken wir mal, äh... Hm, ich könnte wahrscheinlich einmal leaven durchs Questen. Gut, wir können trotzdem mal reingucken. Also, das sind meine praktisch drei Gegenstände für, ähm, Suchen. 626. Aha, aha, aha. Ja, genau. Ist aber halt ohne. Ist immer das Problem hier. Sag's euch. Es gibt zu wenig Runen in dem Spiel. 16 Prozent, ja. Das ist halt... Ich hätt gerne so eine Waffe. 16er. Eine 16er Stärke Waffe. Mit über 900 rechts raus. Das wär praktisch schon mein... Ja. Aber schon krasse Waffen kriegt man jetzt grundsätzlich. Aber es ist echt schwer zu finden. Also, das hat... Das hat mich, äh, schon Nerven gekostet. Und dann hab ich die paar Versuche gemacht. Und dann hab ich's auch noch nicht aufgenommen. Also, es ist... Was bin ich denn für ein YouTuber? Naja. Gar kein richtiger. Sozusagen. Ähm... Quatsch. Qualität von Gegenständen plus zwei. Ja. Ja, ich brauch... Bin hier bei Lebensenergie angelangt. Kann ich natürlich gucken... Ob ich hier... Marky Boy damit beglücke. Ähm... Hm. Ich kauf's mal. Oder kann ich's mir überhaupt leisten? Bei Connacht zwei Millionen geht. Eigentlich wollte ich mal schnell jetzt einfach schnell gucken, was es für Waffen gibt. Die Waffen sind aber interessant. Oft mal in dem Spiel schläppt man sich ja durch Waffen durch. Oh. Aber... Ich mach jetzt trotzdem Pause, weil ich würd ja ganz gerne euch mit euch noch was zeigen. Vielleicht schaffen wir die Level 300 miteinander, sozusagen, ja. Vielleicht nicht morgen, aber wir haben ein bisschen Zeit. Also ein bisschen was hab ich wieder gemacht. Schauen wir mal kurz in die Ehrenhalle. Blub, blub. Ähm... 393 ist gut, ja. Äh... 293 wär's. 293 ist gut. Also es sind halt natürlich jetzt schon die zwei Dreihundeter. Also hier Acclamator und Seraphim auch super durchgezogen. Richtig geil, richtig gut. Gute Sachen hat er da auch dabei. Und natürlich auch... Oh, der Kuchen ist gar nicht so gut, aber für die Ehrenhalle wahrscheinlich. Leute, haut rein, bleibt sauber. Äh... Ja, äh... Unerwartet praktisch. Es war unerwartet. Hahaha. Ich kipp's nicht hin. Hahaha. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype. Und zwar mit Hinton. Und mit Will. Meinster. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich... Ich hab ihm einfach gewünscht, dass eine geile Quest kommt. Und er so... Okay, jetzt ist... Kommt noch. Nein, mit der letzten Quest krieg ich den Tanschlüssel. Hahaha. Ich bin zurück. Und ich hab den Schlüssel. Ihr wisst es. Es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Guten Abend. Hahaha. Da ist er nochmal. Da ist er nochmal. Oh Mann, das hab ich euch noch zu sagen, ja. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Wahrheit. Ich bin. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020